In diesem Video möchte ich dir die Grundfunktionen deines iPads näher bringen und dir auch zeigen, wie du die mitgelieferte Tastatur und den Eingabestift nutzen kannst. Nachdem du dein iPad rechts oben mit dem Einschaltknopf eingeschalten hast, indem du den Einschaltknopf etwas länger drückst, wirst du schon vom Sperrbildschirm begrüßt. Wenn du Touch-ID eingerichtet hast, legst du nun den Finger, den du registriert hast, auf den Homebutton und drückst den Homebutton. Dadurch wird dein iPad entsperrt. Eine zweite Möglichkeit, dein iPad zu entsperren, wäre den Homebutton zu drücken und danach wirst du aufgefordert, deinen Code einzugeben und somit ist das iPad auch entsperrt. Der Homebutton ist eines der wichtigsten Bedienelemente deines iPads. Hast du eine App geöffnet, ich öffne nun die Einstellungs-App, kannst du mit einem Druck auf den Homebutton wieder zurück zum Homebildschirm gelangen. Hast du mehrere Apps geöffnet, kannst du dir diese auch anzeigen lassen. Das funktioniert entweder mit einem Doppelklick auf den Homebutton, du siehst hier aktuell ist nur die Einstellungs-App geöffnet oder indem du vom unteren Bildschirmrand nach oben wischst und du siehst hier auch die Übersicht der geöffneten Apps und mit einem Wisch nach oben kann ich nun die Einstellungs-App schließen. Auf der rechten Seite findest du den Leiser-Knopf und den Lauter-Knopf. Mit ihnen kannst du die Lautstärke deines iPads regeln. Eine zweite Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln, wäre im Kontrollzentrum. Das erhältst du, indem du vom rechten oberen Eck, wo du hier auch die Akkustanzanzeige ziehst, nach unten wischst und es öffnet sich das Kontrollzentrum und hier der rechte Schieberegler stellt die Lautstärke dar. Da ich aktuell diesen Screencast aufnehme, kann ich hier die Lautstärke nicht verändern. Wenn du dann von den Lautstärkeknöpfen oben um die rechte Ecke deines iPads wanders, findest du den Einschalt-Knopf. Mit dem Einschalt-Knopf kannst du dein iPad, wie der Name schon sagt, einschalten und auch wieder ausschalten oder den Bildschirm deaktivieren. Das geht mit einem kurzen Klick auf den Knopf. Wenn du das iPad nun wieder entsperrst, gelangst du auch schon wieder auf den Homescreen. Das letzte Bedienelement ist am linken oberen Eck der Kopfhöreranschluss. Hier kannst du kabelgebundene Kopfhörer anschließen und diese mit deinem iPad nutzen. Natürlich ist es auch möglich, deine Bluetooth-Kopfhörer mit dem iPad zu koppeln. Das Koppeln von externem Zubehör mit Bluetooth ist in einem separaten Video erklärt. Eine für mich sehr praktische Funktion ist auch noch die Screenshot-Funktion. Um einen Screenshot zu machen, drückst du gleichzeitig den Home-Button und den Einschalt-Knopf und du siehst, es wird ein Screenshot angefertigt. Das Vorschaubild des Screenshots liegt im linken unteren Eck und sobald dieses Bild verschwunden ist, kannst du in der Fotos-App, das ist in der unteren Zeile das Blumen-Symbol, die Fotos-App öffnen und siehst hier den soeben gemachten Screenshot. Wenn du ein Foto löschen möchtest, funktioniert das mit dem Mülleimer-Symbol in der oberen Symbolleiste. Möchte ich wieder zurück auf den Homescreen, funktioniert das mit einem einfachen Klick auf den Home-Button und zu guter Letzt möchte ich die aktuell geöffneten Apps noch schließen, daher klicke ich wieder doppelt auf meinen Homescreen und schließe noch die Fotos-App. Mit deinem iPad hast du ja auch eine externe Tastatur und einen Eingabestift erhalten. Diese beiden Elemente möchten wir nun mit dem iPad nutzen. Um die Tastatur mit deinem iPad koppeln zu können, wechselst du in die Einstellungs-App und dort zum Menüpunkt Bluetooth. Du siehst, es wird bereits nach Geräten gesucht und jetzt aktivierst du deine Tastatur, indem du den Schieberegler von OFF auf ON stellst und dann auf den Knopf Connect drückst. Es sollte nun die blaue Bluetooth-Lampe auf deiner Tastatur zu blinken beginnen und wie du siehst, mein iPad hat bereits das Just-Edu-Keyboard gefunden und mit einem Tipp darauf wird dieses Keyboard nun gekoppelt. Ich bestätige die Koppelung nun noch mit einem Tipp auf Pair und ab sofort sind das iPad und deine Tastatur gekoppelt. Möchtest du also das nächste Mal deine Tastatur verwenden, musst du sie nur einschalten und sie verbindet sich automatisch mit deinem iPad, da wir die beiden Geräte ja nun soeben gekoppelt haben. Wenn du die Tastatur nicht nutzt, würde ich dir empfehlen, dass du sie immer ausschaltest. Erstens hält dann natürlich der Akku deiner Tastatur länger und zweitens funktioniert dann auch das On-Screen-Keyboard deines iPads problemlos. Als nächstes möchte ich nun noch den Eingabestift mit dem iPad verwenden. Der Eingabestift muss nicht separat mit deinem iPad gekoppelt werden. Du musst ihn nur am Stiftende mit dem Druckknopf einschalten und er zeigt dir seine Funktionsfähigkeit mit dem eingeschaltenen Lämpchen. Ab sofort kannst du nun den Stift mit deinem iPad verwenden und wenn ich beispielsweise die Notizen-App öffne, kann ich nun bereits meine erste Notiz anlegen und dazu auch den Stift nutzen. Benötigst du den Stift nicht mehr, kannst du ihn natürlich auch wieder ausschalten. Ist der Stift ausgeschalten, kannst du ihn auf deinem iPad nicht verwenden. Er muss also immer eingeschalten sein, um auf dem iPad schreiben zu können. Nachdem du in diesem Video das Wichtigste zur Bedienung mit dem iPad und das Koppeln der Tastatur und das Arbeiten mit dem Stift kennengelernt hast, wünsche ich dir nun viel Spaß beim Erforschen der Möglichkeiten deines iPads.